Und damit herzlich willkommen zum Podcast All About Bread von Miepel. King. Ich mach mich, ich mach mich, ich hab einen echten Sprachfehler gerade. Ich merk schon, ja. Was ist los? Ich mach mich ja immer wieder schlau, wie man seine YouTube-Videos optimieren kann, was man so tun kann. Und da steht drin, 2024 wird nicht mehr gegrüßt. Da geht man quasi direkt ins Thema rein. Aber ich denke, da wir im Podcast sind und die Zuschauer da draußen das ja hören, weil sie entspanntes Gelaber haben wollen, ist das noch okay mit der Begrüßung, oder? Was sagst du dazu? Würde ich schon sagen. Also beim Podcast vor allem, denke ich, ist das schon was, wo du dann einfach sofort ins Thema startest. Also wenn du in einem Auto irgendwas anmachst, so einen Podcast und denkst, so jetzt kommt erstmal so, hallo, und dann kommt direkt das Thema. Nee, beim Podcast würde ich sagen, können wir es schon so lassen. Bei anderen Videos kann man schon mal probieren, vielleicht direkt rein zu starten. Aber hier, hier bleiben wir so. Macht man nicht mehr. Begrüßen 2024. Ich finde das auch ein bisschen eigenartig. Aber klar, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt ein anderes Video anmacht und es geht um die fünf Gadgets, womit man am besten Sachen in den Computer reinhacken kann und er sagt, eins davon ist das Besondere und dann startet das Video ohne ein Hallo, sondern ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert, obwohl es das günstigste Produkt ist. Und bam, geht's los mit fünf. Das sorgt halt schon dafür, dass die Spannung von Anfang an da ist. Du hast gar keine Chance abzuschalten. Ob der einen begrüßt oder nicht, genau, ist eigentlich am Anfang, also ist dann auch egal, wenn du den nicht regelmäßig guckst. Wie ist das bei euch da draußen? Findet ihr das eigentlich noch nötig? Wir starten ja direkt mit der Frage. Findet ihr das noch nötig, dass man begrüßt wird? Ich finde es im Podcast, wo man ja, also wenn ich im Auto den Podcast anmache und höre den so nebenbei, dann finde ich eine Begrüßung eigentlich gar nicht so verkehrt. Man hört es ja zum Chillen, man lässt es ja nebenbei laufen. Ja, richtig, sehe ich genauso. Gon, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Das ist eine gute Frage, Martin. Wir haben viel zu tun. Das gibt's Neues gerade. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Aufträge, sonst bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Neues zu erzählen. Ich freue mich aufs Spielewochenende tatsächlich. Ja, kommt jetzt bald. Nächste Woche Wochenende. Genau, in anderthalb Wochen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Letzte Chance, sich einzubuchen. Noch geht's, noch geht's, aber nicht mehr lange. Martin, ist das Wochenende mit den meisten Teilnehmern bisher, ne? Ja, genau. Wir sind bei 137 Teilnehmern, nein, Quatsch. Sind 30, knapp drüber, glaube ich. 31, 32. Aber Kapazitäten wären noch da, also es würde noch gehen. Und der Schulungsraum ist, glaube ich, für 80 Leute ausgelegt. Achso? Ja, okay, na gut. Ne, so viel hat man ein schöner, ist ein schöner Seminarraum, definitiv. Also wo wir mal verspielen, das ist schön hell. Das ist, glaube ich, alles in Ordnung, das kann man machen. Aber Martin, ich will mir jetzt hier gar nicht lange auf ein Thema blicken. Du hast erzählt, dass es von dir ein paar Storys gibt, da freuen sich die Leute auch immer drauf, weil ich hab nicht viel zu erzählen jetzt gerade zumindest nichts, was so rund um mein Leben geht. Ja, na dann fang ich halt einfach wieder an. Es gab im Rettungsdienst Menschen, die ihren Geist und ihr Tun uns hier zur Verfügung stellen, um dem einen oder anderen vielleicht zum Lachen zu bringen. Wer an dieser Stelle denkt, wow, die lästern über Patienten oder die erzählen über das, was Menschen gemacht haben. Und man lacht darüber, ja, so ist die Welt. Wenn euch das nicht gefällt, dann springt halt einfach direkt zum nächsten Punkt oder schaltet ab oder so ab und zu gibt's ja mal einen Kommentar. Also ich sag mal so die Kommentare, wo die Leute sich darüber freuen oder ablachen können und das witzig finden. Die sind halt zehn und dann das elfte Kommentar ist dann mal wieder jemand, der sagt, wow, wie kann man sich nur so darüber lustig machen. Ich denke, macht den Job mal eine Weile, werdet mal mit den Menschen konfrontiert, die sich so benehmen. Das ist teilweise wirklich RTL 2 live und das jetzt hier zu kritisieren, kann man machen. Aber auf RTL 2 werden sich auch die dümmsten Leute rausgesucht und noch absichtlich dümmer gemacht, um sie vor der Bevölkerung bloßzustellen. Und solange das die höchsten Einschaltquoten hat, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, in welche Richtung das Schiff hier schippert. Ja, vor allem da sieht man die Menschen sogar, du hast ein Gesicht dazu und einen Namen. Vielleicht ist es nicht den richtigen Namen, aber hier geht's ja einfach nur um ganz allgemein, hier wird kein Namen genannt und nichts anderes. Ist ja einfach nur, um mal aufzuzeigen, was es so da draußen so gibt. Was so passiert. Und mir ist natürlich an dieser Stelle, möchte ich auch mal sagen, vollkommen klar, dass das für Menschen da draußen auch Ausnahmesituationen sind und ich auch in verschiedensten Ausnahmesituationen nicht immer adäquat reagiere. Für mich ist das natürlich, ich bin ja Profi, wenn ich da vor Ort bin, für mich ist das eine Alltagssituation, ich erlebe die ständig. Und teilweise langweilen sie mich auch schon sehr hart, weil es immer wieder Schema A, B ist. Nichtsdestotrotz können manche Menschen da auch ganz anders drauf reagieren. Wie zum Beispiel der erste Fall. Die Bahn hat sein Auto gestreift, also die Straßenbahn hat ihn touchiert von der Seite. Es war wirklich kein doller Schaden. Also hinten bei dem einen Rad war ein bisschen Plastik ab von der, am Auto halt, von der Umrandung, vom Radschutz, keine Ahnung, vom Radkasten. Und das war es eigentlich auch schon, anscheinend hat es sein Auto aber leicht verzogen, was dazu geführt hat, dass er nicht mehr aussteigen konnte. Die Bahnsicherheit kommt ja sowieso, also die Betriebsaufsicht der Bahn und dann wurden halt auch Polizei und Feuerwehr gerufen. Also Polizei, klar muss ja, Feuerwehr wurde mitgerufen, weil es hieß, der kommt aus seinem Auto nicht raus. Wir waren relativ schnell da mit dem Rettungswagen, also es war nur 200 Meter von uns entfernt und er stand da, sein Auto war am Rand und wir haben kurz angehalten und die Bahnsicherheit sagt, ist er dir jetzt wegen uns da? Nee, also das ist Quatsch. Der war eingeklemmt in sein Auto, der ist nicht rausgekommen, aber wir haben ihm gesagt, er kann doch einfach auf der gegenüberliegenden Seite aus seinem Auto aussteigen. Und das hat er dann auch gemacht. Hey! Ich kann einfach nicht glauben, dass man da nicht drauf kommt in der Situation. Also wenn du irgendwo voll eingeklemmt bist und stehst zwischen Baum und Weißen und denkst du so, ja gut, scheiß, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Aber du denkst so, meine Tür geht nicht auf, was mache ich denn jetzt? Weißt du, wie oft ich auch einfach so mal auf der anderen Seite aussteige, weil ich irgendwo so eingepackt habe, dass ich auf der anderen Seite raus muss? Also sorry, aber... Ja, das ist halt, glaube ich, manchmal dann wirklich in diesem Schockmoment, wenn das passiert ist, stehen die Leute so unter Strom, dass sie nicht mehr klar denken können. Das ist halt auch, wenn Leute einen Unfall hatten oder so und ihr Portemonnaie aufschlagen und finden ihren Personalausweis nicht, obwohl er vorne drinsteht. Das ist einfach irre, was so passiert, aber dann eben auch für Außenstehende recht witzig. Zweiter Fall, wir nachts hingefahren und da hat uns ein junger Mann, hat uns die Tür aufgemacht, also Anfang 20 und guckte uns an, sieht kreideweiß aus. Guckte fast wie durch uns durch. Ich denke, was stimmt denn mit ihm nicht? Stirbt der gleich? Also, der sah so fertig aus. Und dann haben wir gesagt, ja, hallo, was ist denn passiert? Und dann ist erstmal so fünf Sekunden gar nichts passiert und dann fing er an, mit seinen Armen zu gestikulieren und meinte, ja, also, also mir geht's nicht so gut. Danke, das hätten wir jetzt gar nicht mitbekommen. Dann geh halt mal rein und setz dich hin. Dann hat er sich in Zeitlupe umgedreht, ist so langsam zu seinem Stuhl, hat sich hingesetzt. Dann haben wir gesehen, auf seinem Bett lag noch sein Kumpel oder saß vor dem Bett und hatte da schon in einen Eimer gebrochen und saß da quasi regungslos. Und ich hab die beiden angeguckt, beide kreideweißen. Ich sag, Jungs, ihr seht ja aus wie ihr Spenster. Was habt ihr euch denn reingeschmettert? Haschbraunis. Anscheinend haben sie es damit ein bisschen übertrieben, denn quasi auf alles, was wir ihn gefragt haben, hat er extrem langsam reagiert. Wenn man mal versucht hat, ein bisschen Humor in die Situation zu bringen, hat es auch einen Moment gedauert und dann hat er einen angeguckt. Ja, das ist halt die Sache, wenn man die Sachen isst, es ist halt wirklich, ich meine, da kann, weiß ich nicht, kann auch passieren. Er sagt, er hat es nicht das erste Mal gemacht, wir haben ihn gefragt, ob er den Dealer oder die Rezeptur gewechselt hat. Er sagt, na, war ein Kumpel da, der hat das Zeug gebacken und ist dann noch nach Hause gefahren. Und dann hat er noch so auf unseren Defi geguckt, also da hat man ja einen kleinen Monitor vorne dran, da läuft ja dann die Herzfrequenz drüber, wir haben EKG geschrieben, also wir sind da unserer Pflicht schon nachgekommen und haben alle Werte erhoben, die wir erheben können. Und er guckt da halt so auf das Gerät drauf, auf den kleinen Bildschirmen, völlig fasziniert. Wow, das ist ja total fancy, das Gerät, was ihr da habt. Irre. Neben ihm stand ein Computer mit drei Bildschirmen, ich weiß nicht, was er macht, was auch der Hardcore-Zocker ist oder ob er selber streamt oder was er macht, aber auf jeden Fall sage ich, dann guckt doch mal nach rechts, das ist doch viel spannender, als diese kleine EKG, was er da hoch und runter hüpft. Naja, er war auf jeden Fall absolut fasziniert von der Geschichte und ja, wir haben ihn dann am Ende da gelassen, haben uns aber köstlich amüsiert. Achso, und dann war die ganze Zeit noch der Typ, der da auf dem Bett saß und in den Eimer gebrüllt hatte, der hatte die ganze Zeit noch ein Telefon in der Hand. Da war einer dran, der hatte sich Sorgen um seine Kumpels gemacht und hat die quasi über Telefon überwacht, hat aber eigentlich auch nichts weiter gemacht, außer nachts um halb eins anscheinend was zu essen. Ständig hat es geschmatzt am Telefon. Er meinte auch ab und zu mal, ich verstehe überhaupt nichts. Und der mit dem Telefon in der Hand, ich habe irgendwann gefragt, wie lange sitzt der denn da eigentlich schon so, der sieht voll anstrengend aus, weil der hat sich auch überhaupt nicht bewegt. Der hat dann nur so eine halbe Seitwärtsrolle aufs Bett gemacht, ist da eingeschlafen, hat das Telefon aber echt in der Hand behalten und der hatte mal weiter geschmatzt am anderen Ende. Aber war sehr unterhaltsam. Wir sind dann auf jeden Fall irgendwann losgefahren, haben dem Patienten gesagt, er soll sich einfach ins Bett legen und schlafen. Ja, dann mal ein Einsatz, der jetzt ein bisschen interessanter war, also tatsächlich mal ein richtiger Notfalleinsatz. Eine junge Frau, 34 Jahre alt, hat halt gerade ihren Geburtstag gefeiert. In einer Dreiviertelstunde sollten die Gäste kommen. Und sie hat im Bad den Spiegel abgewischt und hat den Nassel ihr wischt und hat den Lappen weggelegt und wollte den danach trocken abwischen. Und in dem Moment ist der Spiegel von der Wand gefallen. Und ist ihr auf den Kopf. Sie hat aber vom Duschen noch so ein Handtuch um die Haare gehabt. Ja. Also da ist ihr schon mal nichts passiert. Aber der Spiegel ist sofort in tausend Teile zerbrochen. Und eine Scherbe ist ihr direkt zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger reingeflogen und ist da erstmal so ungefähr zwei Zentimeter tief zwischen den beiden Fingern eingedrungen und hat quasi das so wirklich fast wie gespalten. Ach du Scheiße. Und ich habe ihr so ihren eigenen Verband abgenommen und wollte gucken, da ist dein Zeigefinger so zur Seite abgehauen. Ach du Scheiße. Und mein Kollege ist, mach die mir Finger! Ich habe selber natürlich auch einen kleinen Schreck gekriegt, habe den Finger sofort wieder festgehalten. Ja klar, aber wenn die Haut dazwischen nicht mehr ist, also die Sehne und die Knochen, die halten den Finger nicht in Position. Ja klar. Der ist an unserer Seite halt weggerutscht. Sie hat das relativ gelassen genommen. Das Einzige war nur, wie sie mich angucken. Die Frage war, muss das genäht werden? Ne, da tut es auch ein bisschen Panzerteil mehr. Das Krasse war eigentlich ihr Typ. Sah halt aus, als hätte er sich in seinem Leben schon sehr oft geprügelt. Mhm, okay. War die ganze Zeit total aufgeregt, hat den Flur staubgesaugt und rotiert und gemacht und getan. Und der hat mir gesagt, so ey, kannst du vielleicht einfach mal kurze Staubsaugung sein lassen, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Und seine Frau meint auch schon, jetzt hör doch mal auf mit dem Staubsaugen. Und dann stand er da, völlig durchgeladen, hochroter Kopf. Das ist ja eigentlich, mit wem ich da am Telefon telefoniert habe. Ich sage, nee, der sitzt in Charlottenburg. Ich habe keine Ahnung. Ja, Alter, wenn der mir mal vor die Linte kommt hier, Alter, dem Räuch auf die Fresse, Junge. Da hat der doch gesagt. Und dann hat er sich da so richtig hochgespielt. Aber wie ein kleiner Affe. Also der war einfach, was wird denn gewesen sein, Meter siebzig. Also war schon recht durchtrainiert, kleiner Glatzkopf. Völlig hochgepumpt. Und er sagt, naja, ich habe denen doch meine Adresse gesagt. Und ich habe gesagt, was meiner Frau passiert ist. Und dann hat er gesagt, der soll ein Auto schicken. Da stellt ihr mir einfach weiterfragen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich beantworte ihm seine Fragen. Aber er soll erst mal ein Fahrzeug schicken. Und dann hat der irgendwann gesagt, er legt jetzt gleich auf. Ey, komm, dem auf die Fresse. Habe ich dem erst mal versucht, ganz ruhig zu erklären, dass es ein Fragenkatalog ist aus sieben, acht Fragen. Und diese Fragen müssen zwingend beantwortet werden. Und dann kommen am Ende die Fahrzeuge raus, die dann halt eben zu der Einsatzsituation aufgrund der Sachlage fahren. Das kann der Mitarbeiter auch nicht beschleunigen. Das findet der Mitarbeiter selber teilweise jetzt nicht besonders toll, dass er diese Fragen alle stellen muss. Aber es ist halt nun mal so, es gibt das System nicht andersher. Das haben wir dem versucht zu erklären. Ein Kollege hat es dann auch nochmal versucht. Und der hat sich hochgeschaukelt und gemacht und getan und hat sich aufgeregt. Also auch der hatte echte Probleme mit der Situation. Wie gesagt, ich glaube, der haut auch gerne mal anderen aufs Möhlchen. Unterbestimmt muss man aber sagen, er hat seiner Frau am Telefon wahrscheinlich schon zwei, drei Minuten geklaut. Und mit uns hat er das Ganze auch nochmal zwei, drei Minuten nach hinten rausgezögert. Wir haben dann einfach aufgehört, mit ihm zu reden und sind dann mit seiner Frau los. Weil er muss ja auch hier näht und behandelt werden. Und sicherlich, wenn Adrenalin nachlässt, hat sie auch Schmerzen. Also das war dann in dem Moment in seinem Kopf eigentlich gar nicht drin, dass er mit seinem Rum diskutiere und hochgefahre, seiner Frau hier wichtige Lebenszeit klaut, in der wir losfahren könnten, um sie zu behandeln. Naja, für mich war es auf jeden Fall tatsächlich mal wieder ein Rettungsdiensteinsatz. War mal wieder spannend. Hat das super doll geblutet? Es ging in dem Moment schon. Es war schon deutlich weniger. Aber die Scherbe hat letztendlich drin gesteckt. Nee, die steckte nicht mehr drin. Die steckte nicht mehr, ach so. Ja, ja, die hat nachher sie gehackt und ist gleich wieder rausgefallen. War ein Tipp für alle, die davon keine Ahnung haben. Also wenn euch sowas passiert, das hat sie halt auch nicht gemacht, macht die betroffene Stelle zum höchsten Punkt eures Körpers. Soll also heißen, ihr habt euch in die Hand geschnitten, Hand nach oben, so hoch wie ihr könnt. Dann hört es schon fast von alleine auf zu bluten. Oder wenn ihr euch ins Bein geschnitten habt, ich hatte mir mal oben den Riss, heißt es glaube ich, also die Oberfläche des Fußes, da habe ich mir eine Scherbe, habe ich mir so einen Dreihangel reingerissen, hat auch gut geblutet. Aber dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe den Fuß nach oben genommen an meinen höchsten Punkt, habe jemanden gefragt, ob er den festhalten kann an dem Punkt und dann konnte ich ihn in Ruhe verarzten. Ja, ich komme da ran. Und dann hat es halt eben nicht mehr so doll geblutet. Also macht die betroffene Stelle zum höchsten Punkt eures Körpers und dann wird es schon deutlich weniger bluten. Vorausgesetzt, die Extremitäten sind betroffen. Ja, für alle, die damit nichts anfangen können, Arme und Beine. Ich halte unsere Zuschauerschaft für eigentlich relativ intelligent. Aber wir haben ja nur intelligent, schlaue Menschen am Apparat. Ja, genau, natürlich. Ja, das war es eigentlich an sich so. Was auch Schlaues passiert ist, den anderen lasse ich weg. Das ist mir zu dämlich. Okay. Das ist in Ordnung. Es war ja schon interessant. Es war ja auch eine gute Mischung. Es war eine gute Mischung. War alles dabei. Richter Einsatz sogar. Okay, ich würde sagen, dann tatsächlich haben wir diesmal gar nicht so viel zu erzählen. Wir wollen die News, also es gibt ein, zwei kleine Neuigkeiten, die packen wir euch in Folge 2 vom All-In rein. Und die wird nächste Woche Dienstag kommen, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Korrekt? Korrekt. Die zweite Folge ist jetzt endlich fertig. Oder der letzte Schliff, der letzte Schliff. Und dann kommt die nächste Woche und da werden wir dann noch Some Kind of News reinpacken. Ansonsten haben wir uns da statistisch tatsächlich schon mit beschäftigt. Ich bin gespannt, wie Folge 2 ankommt und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben unser 100-Sekunden-Format wieder ins Leben gerufen oder reanimiert sozusagen. Muss ich jetzt auch mal ehrlich teilen. Martin hat das hauptsächlich reanimiert. Dankeschön. Also wir haben das zwar schon zusammen beschlossen, aber Martin hat sich da sehr ins Zeug gelegt, weil bei mir in letzter Zeit einfach ein bisschen schwierig war, mit Sachen zusammenschneiden. Da hat Martin das in die Hand genommen und da haben wir noch ein, zwei Sachen optimiert. Und grundsätzlich haben wir auch gemerkt wieder, die Leute, klar, diese Videos werden, das ist uns bewusst, jetzt nicht sofort übelst krass geklickt. Aber trotzdem kamen immer sehr viele positive Kommentare, wo die Leute einfach sagen, also auch neue Leute, die uns sonst gar nicht kannten, wo wir einfach sagen, ach, das ist ja interessant. Und wenn es dann vielleicht bei uns sogar noch, wie bei Wonderlands, wo eine Review dazu gibt, haben auch einige gesagt, ach, da wurde ja die Review gleich angezeigt, da habe ich mich noch reingeklickt. Oder ich habe das Spiel jetzt gerade hier liegen und habe jetzt auch Bock drauf, das zu spielen. Also das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ist zwar immer viel Arbeit, aber ich glaube, wir haben mittlerweile doch einen ganz guten Flow gefunden, wie man es halbwegs zügig, so hat man so einen Workflow drin, wie das funktioniert, glaube ich. Also das ist schon ganz cool. Das auf jeden Fall. Allerdings muss man halt wirklich sagen, ich war auch, also was heißt fasziniert, ich wusste ja vorher, was es für einen Aufwand macht, aber du hast wirklich so ein 100-Sekunden-Video, ist schon ein Arbeitstag, ne? Ja, auf jeden Fall. Mitdrehen, wenn du konsequent dran bleibst, je nachdem, wie gut du die Schnitte machen willst, also so fünf, sechs Stunden brauchst du schon, um da ein gescheites Video rauszukriegen, mitdrehen. Achso, und das Skripten. Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn du das Skript schnell zur Hand, ja, okay, aber es kommt dann ein bisschen aufs Spiel auch drauf an, muss man auch sagen. Also es ist wirklich krass, was das für eine Arbeit macht. Da habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe die letzten drei, vier Videos kamen halt aus meiner Feder und da habe ich dann auch tatsächlich echt fünf Tage die Woche für Miepelkingen was gemacht, ne? Und da reden wir dann auch so von mehreren Stunden am Tag und das neben dem Hauptberuf dann noch. Und das ist schon krass anstrengend. Also man muss auch immer mal wieder so ein paar etwas billigere Videos oder billiger produzierte Videos, so Podcast ist zum Beispiel immer so eine Nummer, einfach gemacht, schnell aufgenommen, macht halt echt nicht viel Arbeit, ne? Wir drehen das hier eine Stunde ab, Gordon schneidet es danach eine halbe Stunde zurecht, vielleicht eine Stunde und dann wird er hochgeladen und ist fertig. Das ist dann schon mal ganz angenehm so als Filler, ne? Und das gefällt den Leuten halt auch gut, weil wir ja dann auch über Spiele berichten, was ja viele Leute auch interessiert, wo man mal kurz über was redet, ne? Und der Aufwand dafür ist natürlich nur der Alltag, sage ich mal, wo man eh, wenn man was spielt, halt dann darüber noch berichtet. Man muss sich jetzt aber nicht den riesen Kopf machen und vor allem auch nicht den riesen Aufwand, der im Schnitt dann halt dahinter liegt. Und das ist immer interessant, dann eine Balance zu finden, was kann man jetzt vielleicht Sinnvolles machen, was ist für uns jetzt gerade drin, was ist vielleicht für die Leute auf lange Sicht ein sinnvolles Video, was ist jetzt, die Podcasts gehen halt die ersten ein, zwei Wochen meist ganz gut und dann ist das Thema halt wahrscheinlich eher durch. Andersrum bei den 100-Sekunden-Videos, da gucken wir halt, dass wir vielleicht... Genau, die kommen ja später. Eines unserer erfolgreichsten Videos insgesamt auf dem Kanal ist ein 100-Sekunden-Video von Zeiss, muss man sagen, ne? Also das ist wirklich eines der meistgeklickten Videos überhaupt. Wahnsinn, also das ist dann halt was über die Zeit. Klar, wenn das Spiel aktuell bleibt, da muss man auch immer so ein bisschen pokern, was könnte vielleicht was sein, was immer mal wieder vielleicht ein Reprint bekommt oder wo die Leute sich wieder dafür interessieren. Und dann muss man vielleicht auch versuchen, diese Spiele abzufrühstücken oder diese abzudecken, dass es irgendwie sinnvoll ist, die Arbeit da auch rein zu investieren. Ja. Okay. Ich würde sagen, damit kommen wir zu den gespielt-Sachen schon. Hast du irgendwas gebackt in letzter Zeit? Gebackt habe ich... Ich habe das Grim Coven, habe ich aber nur einen Dollar oder einen Euro reingehauen, weil ich mir das nochmal genauer angucken wollte, weil ich im Urlaub war, wo das lief. Da hatte ich nicht den Bock, mir das genauer anzuschauen von der Racken Realms. Das ist ja auch schon wieder relativ steil gegangen, obwohl viele, also ich habe ein bisschen Kommentare durchgelesen, haben dann gesagt, die haben sich Gameplays angeguckt und waren nicht so begeistert. Also rein grafisch sieht es ja auch, finde ich, sieht es richtig geil aus. Na gut, das können sie halt, ne? Das können sie halt. Die Frage ist, ob das Spiel dahinter dann wirklich gut ist, wo ich jetzt so bei Lords of Ragnarok dann so denke, ist halt auch nicht alles geil, was da Racken Realms macht. Es gibt schon gute Sachen, auf jeden Fall, will ich nicht sagen. Es ist auch wirklich eine der erfolgreichsten und am besten organisierten Brettspielfirmen, die es im Moment so gibt. Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder so Ausreißer und deswegen werde ich da mal schauen, ob ich da noch wirklich reingehe und mir das Spiel noch direkt besorgen werde. Aber sonst, die 20 Strong Kampagne habe ich mir wieder angeguckt. Da kann ich auch gleich immer noch was zu sagen, weil das habe ich jetzt mal wieder gespielt. Das fand ich sah sehr cool aus. Ich bin trotzdem halt nicht so der Solospieler, deswegen muss man da immer so sehen. Aber falls ihr das nicht gesehen habt, 20 Strong ist ja das Solospiel von Chip Theory Games, was wirklich ein ganz kleines Format auch hat. Da gab es jetzt drei neue Decks. Und eine Nemesis Edition kommt raus. Genau, für nächstes Jahr ist schon wieder was Neues angekündigt mit Nemesis und Cloud Spire, haben sie auch gesagt, kommt noch ein Deck dazu. Und da kann man jetzt, ach, da könnte man alles machen. Halbwürfel, man konnte sich eine Deckbox holen, wo man dann bis zu 20 Decks davon reinmachen kann. Also da haben sie auch richtig, ja, ja. Ein Würfel. Da haben sie sich wirklich. Too many Bones Würfel. Hier wird irgendwann mal alles reinpassen. Da haben sie sich ganz viel Zeug ausgedacht. Und es war auch, glaube ich, wieder für die sehr erfolgreich. Über eine Million haben sie da mitgemacht, für so ein kleines Game, was halt an sich ja nur 25 Dollar kostet. Wenn du erst mal überzeugt hast, dann läuft die Geschichte. Ja, also es war für die, glaube ich, auch ein sehr krasser Überraschungshit vom letzten Jahr. Also da haben sie, glaube ich, nicht mit gerechnet. Ich habe wieder versucht, in den Pledge reinzukommen, dass man jedes, also es gibt ja immer zehn Pledges von Chips Hero Games Strategists oder sowas. Da kann man jetzt, glaube ich, kosten sind mittlerweile 750 Dollar. Dann kriegst du aber jedes Spiel, was die jemals rausbringen im All-In-Paket, also zumindest was Spielmaterialien angeht. Also nicht die ganzen Deluxe-Upgrades, jetzt aber alles sozusagen, Gameplay-All-In kriegst du ab, dann jedes Spiel zugeschickt, wenn du diesen Pledges. Ganz am Anfang gab es den halt auch schon, da waren die auch nur bei 400 Dollar. Die Leute, die damals abgegriffen haben, haben natürlich einen absoluten Jackpot gemacht. Das ist schon cool, finde ich nice. Aber da musst du, also du musst einfach Glück haben. Diese zehn Pledges sind innerhalb von einer halben Sekunde weg. Da musst du Glück haben, dass es schnell genug lädt, dein Ding, und du da irgendwie noch reinkommst. Ich habe es probiert. Ich dachte, ich probiere es mal. Aber nee, war schon wieder alles weg. Aber geil, dann sitzt du davor und freust dich, dass du gerade für Chip-Serie-Games-of-Kickstarter der glückliche warst, der 700 Euro ausgeben durfte. Ja, das ist geil, ne? Völlig krank, ey. Ja, Marketing-Technik ist einfach clever. Aha! Also, meine Güte. Ja, aber sonst, glaube ich, gibt es nicht. Aber Chip-Serie-Games, da können wir für 20 Strong ja noch ein 100-Sekunden-Video drehen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Ja, das könnte man machen. Das stimmt. Das könnte man tun, ja. Weil, wenn die noch weitermachen und das Ganze bei Frosted Games auf Deutsch kommt, dann riecht das schon nach 100-Sekunden-Video. Tatsächlich. Bei mir ist nur was angekommen, jetzt mehrere Sachen. Die ich jetzt auch, eine Sache habe ich schon gespielt, eine noch nicht. Achso, warte, wir waren ja noch, also, gebackt haben wir beide auf jeden Fall für Leute, die es da draußen interessiert. Ja, klar. Wir haben uns beide die Big Box geholt von der, auf der Spiele-Schmiede von Terrorscape. Weil, klar, alles Material in eine Box ist schon super. Tatsächlich. Wenn ihr heute noch fünf Tage online seid. Ich glaube, heute sind es sieben, aber in zwei Tagen kommt der Podcast. Also, müsstest du noch nicht ganz eine Woche noch online sein, falls ihr Interesse habt. Genau, könnt ihr auch noch reingehen. Und die Erweiterung haben wir gebackt, plus die neuen Deluxe-Tokens. die es geben wird. Ansonsten haben wir zum Beispiel, ich wurde gefragt, die Deluxe-Token, die Aufsteller-Türen, die man halt haben kann. Ich habe selten so beschissene Deluxe-Materialien gesehen. Völlig bekloppt. Die sind, erstmal sehen sie super hässlich aus. Sind total unnütz. Gut, sind Deluxe-Materialien meistens. Aber in dem Fall kommt noch dazu, dass sie dir auch die Sicht aufs Spielfeld versperren. Das hat mich total gestört, dass du die Token nicht mehr sehen kannst oder die ganzen Sachen. Also, du legst ja deine Geräuschmarker dahin und dann kannst du die auf einmal nicht mehr ordentlich sehen, weil diese Türen da stehen. Also, absoluter Quatsch. Holt euch nicht diese Türenmarker. So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ansonsten haben wir halt die beiden Boxen genommen. Ich wollte eigentlich mal einen Kommentar reinschreiben in die Spiele-Schmiede. Das hat aber ständig nicht funktioniert mit meinem Lock-In. Ich weiß nicht, ob ich Probleme mit meinen Cookies hatte. Steht nämlich da, dass die All-In-Box auf Englisch ist. Also, die Megabox da, die ist auf Englisch. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, okay, sie ist auf Englisch. Wenn das Kartenformat auch auf Englisch ist, was da reingepackt wird, wir aber das Kartenformat deutsch beziehungsweise europäisch bekommen, passen die dann da auch wirklich mit Hüllen rein? Weil ich habe in der Basisbox auch nicht verstanden, dass in einem Tray, in das Killer-Tray, glaube ich war es oder so, da passen die Karten mit Hüllen rein. Aber in das überlebenden Tray oder Insert passen die auf einmal nicht rein mit Hülle. Dann musst du die so schräg reinkippen. Also, super nervig. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Totaler Quatsch. Ich hoffe, dass sie das da korrigiert haben. Leider konnte ich kein Kommentar da reinschreiben. Hat da jemand Ahnung? Weiß jemand, ob das passen sollte? Um die Spiele-Schmiele anschreiben, ist ja quasi auch für einen Eimer. Ist ja nicht so, dass da jemand reagiert. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall unterstützt. Weil natürlich Terrorscape bei uns nach wie vor hoch im Kurs steht. Im Normalfall denke ich eigentlich, dass sie das Kartenformat nicht ändern. Wir wissen es natürlich nicht, wenn man nicht reinschreiben konnte. Was ich allerdings als Kritik nochmal äußern muss, ist die Spiele-Schmiede. Setz das auf Deutsch auf. Und dann gibt es diese übelst geilen Folienkarten. Also, da bin ich einfach Fan von, weil ich das auch bei Turny's Tong so cool finde. Und dann steht da, die Karten gibt es nur auf Englisch? Hä? Also, was ist denn das für ein Quatsch? Naja, vielleicht haben sie nicht die Erlaubnis bekommen, sie zu übersetzen. Das kann sein, aber lass einfach raus. Oder sie haben gesagt, es geht nicht. Aber klar, ich mixe jetzt natürlich keine englischen Glitzer-Karten da bei mir rein. Das ist Quatsch. Ich hätte sie eventuell auch mitgenommen, wenn sie auf Deutsch gewesen wären. Ja. Vielleicht haben sie es auch nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut haben. Dazu gleich mal eine Bonus-Information. Vielleicht sind sie da zu vorsichtig für. Obwohl die erste Kampagne sehr, sehr erfolgreich war. Deluxe-Materialien, die es jetzt wieder gibt. Und auf der Seite von Frosted Games konntet ihr Andromedas, oder könnt ihr Andromedas Edge nach wie vor vorbestellen. Und da gab es ja am Anfang 200 Mal das Deluxe-Paket exklusiv mit dazu, also was man dazu kaufen konnte. Und dieses Deluxe-Paket war ja innerhalb von ganz wenigen Stunden ausverkauft. Also sie haben 200 gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen am Ende nicht drauf sitzen bleiben. Und diese 200 waren sofort quasi ausverkauft. Sie konnten jetzt einen Deal machen und bekommen nochmal eine ordentliche Portion Deluxe-Materialien obendrauf, wer da also Andromedas Edge Bock drauf hat. Und wenn ihr von dem Spiel noch nie was gehört habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist der offizielle Nachfolger vom Spiel Dwellings of Elder Vale. Ein Spiel, was ich ziemlich cool finde, was Gordon auch sehr gut gefallen hat. Und das könnt ihr da dann quasi in der verbesserten Version. Es spielt aber nicht mehr so im Fantasy, sondern eher im Weltall. Das ist ein bisschen anders. Ich werde es mir trotzdem angucken. Ich habe Bock drauf. Deluxe-Materialien könnt ihr jetzt wieder ordern. Weiter geht's. Oder soll ich noch kurz von dem Skandal erzählen, den es da gab? Ja, das interessiert mich jetzt. Also, naja. Also, was heißt Skandal? Frosted Games hat halt auf ihrer Seite einen All-In angeboten. Aber, ich meine, wer selber ein bisschen sein Hirn einschaltet, der könnte sich vorstellen, dass der All-In auf der Seite von Frosted Games nicht dem All-In der Kickstarter-Kampagne entspricht, weil sie haben ja, also, ich meine, wenn ich auf die Seite raufgehe und ich sehe, sie bilden das Basisspiel ab, die erste Erweiterung, irgendwelche Deluxe-Kram und sagen, da drunter nochmal All-In. Das ist quasi der All-In, der da drüber drei liegenden Komponenten ist. Und wenn man sich dann die englische Kampagne anguckt und feststellt, da gab es noch fünf Pakete extra zu kaufen, einzeln, und da drunter steht All-In und dieser All-In ist viel teurer, dann könnte man doch einfach sagen, okay, anscheinend ist das nicht der gleiche All-In. Auf jeden Fall gab es halt einen riesen Aufschrei, gerade von den englischen Bägern, weil die halt gesagt haben, äh, das ist ja eine riesen Schweinerei, warum ist das ganze All-In-Paket auf Deutsch jetzt viel günstiger? Und daraufhin gab es einen Shitstorm. In der Anleitung von Frosted stand wohl sogar drinnen, Achtung, unser All-In-Pledge ist nicht das gleiche wie der englische All-In-Pledge, aber kann es halt am Ende nicht jeden Honk abholen. Auf jeden Fall haben sie es jetzt umbenannt. Es heißt nicht mehr All-In-Pledge auf ihrer Seite, es heißt jetzt, der alles ist mit drin. Super, klasse, toller, nur Frosted Games Zeug. Ähm, I don't know. Also ich finde es super schwierig, weil ich finde, du musst immer jedes Paket, was du irgendwo kaufst, musst du doch immer getrennt betrachten. Wenn du auf der Website was hast, was versteht, das ist All-In, können die doch das Wort benutzen, was sie wollen. Da steht doch aber drüber, was drin ist. Da kannst du auch nicht davon ausgehen, dass du eine komplett andere Seite, dann, das check ich gerade nicht so. Ja, also doch, ich verstehe schon, was die Leute wollen, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Was ich halt auch, genau, also ich meine, die Leute sind bereit, hier einfach so 200 Euro auf den Tisch zu schmettern und sich nicht mal anzugucken, was sie da kaufen. Ja, genau. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also da so einfach, da so reinzuschmettern. Und ich meine, wir reden jetzt hier nicht von FOMO, wir reden jetzt hier nicht davon, dass du 20 Sekunden hattest, eine Entscheidung zu treffen, so wie bei Ebay. Du guckst einfach so drauf und innerhalb von 20 Sekunden entscheidest du dich, irgendwo Geld reinzuschmeißen und hast hier nicht mehr die komplette Beschreibung durchgelesen und hast halt hart ins Klo gegriffen. Kann jedem mal passieren. Aber da, da guckst du einfach rauf, dann vergleichst du das mit dem Englischen. Aha, ist hier überall das Gleiche drin, kann man immer noch einen Fass aufmachen, aber, ja, wenn man nicht mal dazu in der Lage ist, ey, das sind so, ich verstehe es halt auch nicht, gab es ja sogar in unserer Community schon Leute, die dann gesagt haben, ja, das Spiel ist jetzt bei ihnen angekommen, was sie da gebackt haben für 300 Euro, den All-In-Pledge und jetzt erst mal gucken, worum es überhaupt geht. Ich so, hä? Ich weiß gar nicht, was das Spielprinzip ist. Ich meine, also bevor ich 300 Euro für ein Spiel ausgebe, gucke ich mir mindestens zwei Videos an und überlege mir, das gefällt mir. Achtung, für alle, die mir jetzt mit meinem Drunagor-Pledge kommen, ich habe mir ausreichend Videos dazu angeguckt und fand, das wirkt cool, das ist gut, das denke ich gefällt mir und habe es halt gebackt und jetzt, wo es angekommen ist, habe ich festgestellt, irgendwie funktioniert das Spielprinzip für mich irgendwie nicht so gut. Kann ich bestätigen, wir haben uns auch viel aber unterhalten vorher, bevor du gesagt hast, du machst das auf jeden Fall. Genau, also ich bin da nicht einfach blind reingegangen, ich habe mir das ganz genau angeguckt, was ich da mache, dass ich da all innen reingegangen bin, das war halt, ich wollte es mal machen, ich wollte das, also ich hatte da so richtig Bock drauf, ich war da unnötig gehypt in dem Moment, aber eben, weil ich mich auch so viel damit beschäftigt habe, aber dieses einfach so reingehen, ja und das ist halt, Frost hat jetzt gerade auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, ich finde es, ja, meine Leute, informiert euch doch einfach ein bisschen, vor allem bevor er darüber Berichterstattung macht. Ja, sehe ich genauso, na quatschig, naja, kannst du mich erinnern, naja, ist doch wirklich so, Spielbericht, sowas? Du wolltest noch was sagen, was angekommen ist bei dir? Genau, bei mir ist angekommen, dazu könnte ich, genau, erstmal das, wozu ich nichts sagen kann, weil Harvest ist bei mir angekommen, von den Machern von Parks, von Keymaster Games. Sieht ähnlich schön aus? Es sieht sehr, sehr, sehr schön aus und da habe ich tatsächlich so gedacht, was sieht richtig schön aus? Backst du mal. Mann, wie lässt du uns denn jetzt dastehen, du Idiot? Ne, dich ja nicht, sondern mich. Ich habe mir ein paar Sachen dazu angeguckt gehabt, ich fand es da ganz cool aus, so ein Spiel. Die Kickstarter-Seite, ne? Ja, eine kleine Spiel-Kick-Serie. Maus-Groll-Maximal-Geschwindigkeit hast du es dir angeguckt. Ach, Versandkosten sind ja okay, wieder hochgescrollt. Unterstützen. Ja, ich habe auch den Deluxe-Pledge auf jeden Fall genommen, sieht alles sehr, sehr schön aus, ich bin gespannt. Er kam jetzt aber auch erst letzte Woche an, deswegen noch nicht dazu gekommen, aber ich denke, das werde ich auf das Spiel-Event auf jeden Fall mitbringen. Und eine Sache, die allerdings angekommen ist, die wie ich... Kommt das von Feuerland, weißt du das? Achso, ne, haben sie auf jeden Fall noch nicht angekündigt, habe ich noch nichts mitbekommen. Was ich letztes Jahr auf der BerlinCon gebackt habe oder kurz danach, die hatten einen Stand neben uns, das hieß Baron von Zoms, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Genau, das kam dann nämlich an und das habe ich in den Urlaub mitgenommen und das haben wir eine Runde gespielt. Es geht darum, dass ihr als, also dass ihr Zombies seid, wo irgendwie Würfel, mit Würfeln versucht ihr euch Gehirne zu abwürfeln. Also es ist relativ, man muss sagen, dass das Spiel relativ stumpf wirklich einfach Würfeln ist und wir haben es dann im Urlaub auch gespielt und ihr habt so eine Scheibe vor euch liegen und müsst dann immer Würfelpaare da reinlegen und habt drei verschiedene Farben von Würfeln und müsst dann in eurem Zug eine bestimmte Anzahl von Würfeln werfen und versucht quasi dieses Board vor euch zu füllen nach bestimmten Regeln und wenn ihr es schafft als erster von euch vier dieses komplette Board zu füllen, kriegt ihr ein Gehirn. Dazu gibt es auch noch so Ereigniskarten, die man bei bestimmten Würfelwürfen dann aktivieren kann. Da tauscht man zum Beispiel seine Bretter komplett durch oder darf bei jemandem irgendwie wieder Würfel runternehmen, was tatsächlich ziemlich gemein sein kann. Und mit diesen Karten ist das ganz witzig, also das hat es auch so ein bisschen ausgemacht, weil nur dieses Würfeln ist stumpf, war wirklich sehr stumpf, muss man ehrlich sagen, aber die Karten dazu haben Spaß gemacht. Ich frage mich trotzdem so ein bisschen, ja, das spielt man bestimmt mal ein paar Runden, aber es ist halt wirklich was ganz, ganz Einfaches, wirklich was für die Family, wo man einfach so mal ein bisschen eine halbe Stunde, Stunde einfach mal würfeln kann. Man kann sich auch aussuchen, nach wie viel. Ich glaube, normalerweise, wenn der erste zwei Gehirne hat, ist es schon vorbei oder drei. Das kann man ja machen, wie man will dann vom Endeffekt. Weil wenn einer das Ding voll hat, wird alles wieder komplett abgeräumt. Man startet quasi wieder von vorne und guckt, wer halt erst das nächste Mal das Ding voll bekommt und sein Gehirn einsammeln kann. Es ist ganz cool, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, ist jetzt mega besonders. Mit diesen Karten ist es halt ganz nice, weil man wirklich eklige Sachen machen kann und sich da gegenseitig angeln kann. Das war auch sehr wichtig. Sehr witzige Situation dabei entstanden. Und das auch vom Preis her war das, glaube ich, okay. Ich glaube, 25 Euro oder so hat das Spiel gekostet. Wenn man es dafür, ich weiß nicht, ob man es dafür jetzt kaufen kann, mit Versand und so, war ich dann irgendwie bei 40. Dafür ist es zu viel, würde ich sagen, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, ist auch von, was soll ich denn dann kommen? Die haben auf jeden Fall Deutsch gesprochen mit uns. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, ob die aus Deutschland oder Österreich oder so. Könnte Österreich-Schweiz gewesen sein. Ich bin relativ langweilig, deswegen möchte ich mich da nicht weitergeben. Genau, das hatte ich auch gesehen. Hast du gesagt, ist nicht so meins, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber würde ich sagen, kann man sich mal angucken, aber kein Must-Buy. Kann man mal mitspielen. Kann man mal mitspielen. Ja, genau. Ich freue mich schon auf heute Abend. Heute Abend ist auf jeden Fall für mich Syncganite Foundation dran. Über das Spiel haben wir gesprochen in unserem Video zur BerlinCon 2024. Da könnt ihr gerne hier oben einfach mal draufklicken. Da sollte jetzt theoretisch ein Link aufploppen. Oder, Gordon? Ist der da? Sehe ich den Link jetzt? Sehe ich den? Ja, ja. Ja, ich sehe den? Ja, ja, klar. Okay, dann freue ich mich. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. War tatsächlich mein Highlight der Messe in dem Moment von allen Spielen, die ich gespielt habe. Und ich freue mich heute drauf. Ich werde das heute Abend mit der Miebelking-Community spielen. Und zwar mit unseren Patreon-Unterstützern. Menschen, die die Arbeit hier machen, die wir hier machen und die Zeit, die wir reinstecken, sehr zu schätzen wissen. An dieser Stelle vielen Dank an alle Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Wer auch ein bisschen Danke sagen will, ein Daumen ist ja eigentlich quasi Pflicht. Also wer hier eine Stunde zuhört, der kann auch auf den Daumen drücken, denn das kostet euch tatsächlich nur eine Sekunde und ist super lieb von euch. Und wer gerne einen Schritt weiter gehen will, der kann uns sehr gerne auf Patreon unterstützen. Auch dafür sollte jetzt ein Link eingeblendet sein. Oder, Gordon, kann ich den Link sehen? Selbstverständlich. Alles, was du willst, kannst du sehen. Ihr müsst es euch nur vorstellen. Ja, wäre sehr lieb, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Und wenn ihr da im richtigen Pledge-Level seid, dann habt ihr sogar mal die Möglichkeit, mit mir zu spielen. Und sowas wie Synchronite Foundation werden wir heute Abend mit dem Creator auf TTS, also Tabletop-Simulator spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Habe ich Bock. Mal gucken, wie lange die Partie dauert. Tabletop-Simulator ist ja immer ein bisschen Zeitplus. Ja, das stimmt. Aber Stänkern, Ärgern, da ist richtig Bock drauf. Da freue ich mich schon drauf. Hast du noch was? Oder kommen wir zu den Spielen, die war auch, also gut, du warst ja gerade schon bei Hashtag. Ja, ich habe was gespielt. Dann, ich habe die magischen Schlüssel mit meinem Kind gespielt. Gibt es in 100 Sekunden Video von uns. Ich würde sagen, hier kommt ein Link. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Links man reinmacht. Man kann nicht unendlich viele Links reinmachen. Ich weiß es nicht. Das ist ja ein Link und ein Info-Dings zu den Videos. Das ist natürlich doof, hätte ich später bringen sollen, ganze Zeit da oben hingucken und auf die Box klicken. Aber ich dachte, ich fange einfach gerade mit dem Naheliegendsten an. Wir haben uns das Spiel, das Kinderspiel des Jahres auf der BerlinCon gekauft und kommt eigentlich fast täglich aktuell auf den Tisch. War es das schon Spiel des Jahres, wo es gekauft hat? Nee, war erst abends die Verleihung. Aha, nice. War erst abends die Verleihung. Und da werden wir, also, da werden wir, Quatsch, da haben wir ein 100-Sekunden-Video zu gemacht. Da ist eigentlich auch die Meinung schon drin. Es ist ein wunderschön designtes Spiel. Es macht echt Spaß. Schöner Push-Your-Lack-Mechanismus mit drin, wo man das den Kindern auch gut beibringen kann, so Chancen-Risiko-Verhältnis etwas abzuschätzen. Und am Ende lauft ihr halt einen Track hoch, würfelt immer wieder. Wenn alle Würfel Mond anzeigen, dann seid ihr raus. Dann ist der nächste Spieler dran und kann von eurer Stelle weiterlaufen. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit sagen, nein, da wo ich stehe, möchte ich jetzt den Schlüssel einsammeln und mit diesem versuchen, die Schatztruhe zu öffnen. Denn in der Schatztruhe sind Juwelen drin und eben diese braucht ihr, um am Ende zu gewinnen. Bei zwei Spielern, wer 15 Juwelen hat, der hat gewonnen. Denn das Ding ist, es passen nicht alle Schlüssel. Ist aber auch nicht schlimm, wenn mal ein Schlüssel nicht passt. Dann kann man sich den als Joker noch zurückhalten und kann damit die Würfel einmal refreshen, wenn man tatsächlich irgendwo unterwegs eingeschlafen ist, um somit seine Chance zu steigern, zum goldenen Schlüssel zu kommen. Denn der funktioniert immer und bringt einem die maximale Anzahl von fünf Kristallen. Und wie halte ich das? Das habe ich ja richtig gut umrissen. War ich gerade ein bisschen was für ein Redeflow. In 100 Sekunden. Dass ich am Anfang gestottert habe. Ja, macht super viel Spaß. Ist immer wieder lustig, dann den Kleinen zu beobachten, wie der auch wirklich dann zockt so mit dem Nervenkitzel. Er würfelt fünfmal mit einem Würfel und versucht halt einfach noch nach ganz oben zu kommen und dann klappt es bei ihm. Ich hatte jetzt letztens eine sehr frustrierende Runde. Also es geht bei einem Würfelspiel ja auch mal. Also wenn du dreimal hintereinander mit drei Würfeln würfelst und kriegst jedes Mal drei Monde, bist quasi einfach raus, obwohl du drei Würfel hattest und das dreimal hintereinander, dann ist das schon ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Aber alles in einem wunderschönes Design, tolle Idee, schön umgesetzt und erinnert so ein bisschen an Melem, aber für Kinder. Okay. Zu Melem kann ich dann auch was sagen. Habe ich jetzt endlich mal gespielt. Habe ich nachgeholt. Dann mach das doch gleich mit hinten dran. Mach ich das gleich hinten dran? Mach ich. Melem haben wir gespielt mit der Community, mit den Patreon-Unterstützern, wenn ihr uns aufs Neid. Und ja, ich wollte das endlich mal nachholen. Tatsächlich witzigerweise die Mitspieler auch und dann haben wir das auf Boardgame Arena gespielt. Auch da habt ihr die Möglichkeit, Brettspiele zu spielen und haben uns das angeguckt. Melem ist auch vier Leute, wenn man zu viert spielt, vier Leute wählen sich eine Katze aus, sie haben alle Spezialeffekte und steigt mit in die Rakete ein und ein Spieler würfelt mit, ich glaube sechs Würfeln sind es am Anfang. Ich glaube ja, vielleicht sind es auch nur fünf. Ich glaube es sind sechs. Und auf den Feldern, wo ihr immer steht aktuell mit eurer Rakete, da steht zum Beispiel drauf, ihr benötigt eine Eins oder eine Zwei, um mit der Rakete weiterfliegen zu können. So, jetzt habe ich noch sechs Würfel, die Würfel gehen nur bis vier und jetzt werden die Würfel geworfen und ich kann mich dann halt dafür entscheiden, wenn ich jetzt zwei Zweien gewürfelt habe, sage ich, okay, ich entscheide mich dafür, die Zweien zu benutzen. Ich muss immer irgendwas benutzen, damit ich weiterkomme, damit ich weiterfliegen kann. Wenn ich nichts Richtiges gewürfelt habe, also mal angenommen, ich brauche eine Eins oder eine Zwei und habe nur Vieren gewürfelt, stürze die Rakete ab und alle Katzen, die noch in der Rakete saßen, gehen wieder in den Vorrat ihrer Spieler zurück und die neue Runde startet. Du kannst unterwegs, jederzeit bevor gewürfelt wird, sagen, ich steige aus, kannst auf einen Mond aussteigen, auf einen Planeten. Du wirst es kaum glauben, umso weiter du geflogen bist, desto mehr wert sind die Planeten am Ende des Spiels. Überraschung. Genau. Und ja, da geht dann halt auch so ein bisschen Puscherlack gezocke los. Und immer wenn du an einem Planeten halt, zum Beispiel du hast die Möglichkeit, eine Zwei zu nehmen oder eine Vier. So, jetzt hast du eine Vier gewürfelt. Du musst immer, wenn du dich für eine Augenzahl entscheidest, alle Würfel dieser Augenzahl auch rausnehmen. Das heißt, wenn du drei Zweien gewürfelt hast und eine Vier, klar könntest du mit den drei Zweien sechs Felder weit fliegen, aber dann sind auch drei Würfel weg. Dann nimmst du lieber die Vier, die eine, weil dann kommst du zwar nicht so weit, aber du verlierst nur einen Würfel. Also du kriegst noch mehr die Chance, dann weiter zu fliegen. Ja, die Katzen bringen alle so ein paar Spezialeffekte mit, die das Ganze, also wenn du auf einem Planeten landest, kriegst du mehr Punkte oder man darf nochmal so eine Eins einfach so reinwerfen, also wie so einen kleinen Mini-Joker, um nochmal ein Stück weiter zu fliegen und du willst natürlich bis ans Ende kommen. Das haben wir tatsächlich in zwei Spielen gar nicht geschafft, dass wir bis ans Ende hochgekommen sind. Wenn man zweimal eine Katze bis ans Ende bringt, kriegt man einen Bonus von fünf Siegpunkten. Das hat keiner von uns geschafft, weil wie gesagt, wir sind nicht einmal bis hochgekommen. Also ist halt auch Pusherlack-Wahrscheinlichkeit-Ausrechnung, spielt sich aber sehr schnell runter, ist von daher sehr angenehm. Ich glaube, so eine Runde mit Lem würde ich jetzt auch immer mal mitspielen, obwohl sich das Spielprinzip dann relativ schnell verbraucht und da ist halt die magischen Schlüssel für die Kinder. Ich meine, du folgst auch diesem Track, umso weiter du kommst, desto mehr wert sind die Schlüssel und du musst halt so ein bisschen abschätzen. Schaffe ich das noch mit den Würfeln? Schaffe ich das nicht? Die, die ich noch habe, ist vom Prinzip ja eigentlich fast das Gleiche. Nur eben ein bisschen runtergebrochener, spielt sich dadurch schneller und macht, ich würde sagen, die magischen Schlüssel. Wenn ihr ein Spiel sucht, was mit euren Kindern auch immer mal wieder Spaß macht und für Spannung sorgt, dann ist das schon eine ziemlich gute Wahl. Nice. Was ich auch finde, eine gute Wahl ist, vor allem wenn man Solospieler ist, habe ich eben schon angetisert, dass ich mal wieder doch eine Runde 20 Strong gespielt habe, im Urlaub tatsächlich, weil ich das Dario auch einfach mal zeigen wollte. Dieses Spielprinzip ist schon geil und ich ärgere mich total, dass man das nicht irgendwie auf zu zweit so mit umgewinst hat, weil es macht schon auch Spaß, da zu sitzen und halt zu überlegen, wie man es machen kann, vor allem mit den ganzen Würfeln und am Anfang der Runde, die ich da gespielt habe, dachte ich, oh Gott, es wird auf jeden Fall gar nichts richtig verkackt am Anfang. Man hat dann aber wirklich coole Effekte auf den Karten. Es ist ja immer so, dass ihr, es ist immer ein bisschen anders, aber sag ich mal, im Standardspiel, dass ihr drei Decks vor euch liegen habt, da sind Monster drauf und ihr müsst euch jetzt in dem Standardding einfach einen Monster rausnehmen, müsst gegen das kämpfen, versuchen es zu besiegen, halt nicht zu sterben. Ihr habt einen Helden, da gibt es auch verschiedene in der Box drin, wo ihr bestimmte Grundwerte habt und ihr habt halt 17 Würfel insgesamt, drei sind Stat-Würfel, deswegen 20 Strong, insgesamt 20 Würfel und da müsst ihr selber ausruhen, die haben verschiedene Stärken, welche Würfel nehme ich jetzt dazu, um den vielleicht zu besiegen, die legt ihr aber weg und könnt danach nur eine bestimmte Anzahl wieder zu euch zurückholen, also refreshen und müsst versuchen, einen kompletten Stapel durchzuspielen von Monstern, um dann den Endboss zu besiegen und auf den Karten sind halt einfach, jede Karte ist unterschiedlich, es gibt Effekte, da könnt ihr eure Stats erhöhen, da könnt ihr euch wieder Leben holen, da könnt ihr euch mehr Würfel zurückholen und alles so ein bisschen verbessern und das macht echt richtig viel Spaß und ich glaube, wenn man Solo-Spieler ist, ist das wirklich ein Game, was extrem geil und auch abwechslungsreich ist, weil ich habe ja jetzt die drei Grunddecks auch zu Hause und die spielen sich alle drei komplett unterschiedlich. Too Many Bones gibt es noch, Hoblomachos, Victorium, Victorium, sage ich irgendwie mal falsch, wie auch immer, gibt es auch noch, das ist wieder ein ganz anderes, also das Grundprinzip, ihr habt das gleiche, aber ihr habt wirklich dann eine Pyramide vor euch liegen, wo ihr so hin und her hüpfen müsst und noch bestimmte andere Regeln, es gibt auch ein komplettes Regelvideo von uns. Da fand ich auch recht interessant, also ich habe das Hoblomachos habe ich ja auch gespielt und dass der Endgegner ja quasi auch immer wechselt und der Endgegner extrem unterschiedliche Stärken entwickelt, je nachdem, wie ihr während des Spiels gespielt habt, also es geht auch darum, welche Gegner habt ihr besiegt, wie habt ihr sie besiegt, welche Würfel habt ihr eingesetzt und welche Entscheidungen habt ihr danach getroffen in Bezug auf, welche Würfel habt ihr euch wiedergeholt, was habt ihr gemacht und das beeinflusst tatsächlich dann auch immer den Endkampf und wenn ihr da im Spiel nicht aufgepasst habt, dann kann der nahezu unschaffbar sein, also ihr müsst das schon mit einplanen, was ihr da macht, man weiß aber, welcher der Endgegner ist. Ja, weiß man. Also ja, man würfelt viel, aber man kann sein Glück halt schon beeinflussen, es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, sich Würfel zurückzuholen, nochmal zu würfeln oder was zu modifizieren und deswegen sage ich so, für Leute, die wirklich viel auch mal alleine oder vielleicht viel unterwegs sind, weil man kann sich so eine Box einfach mitnehmen, auch in Zug, denke ich, und da einfach eine Runde zocken, das ist richtig, richtig geil und jetzt gibt es ja auch wieder drei neue und ich denke, die werden das auch fortführen, also wenn euch dieses Spielprinzip gefällt, werdet ihr da denke ich jahrelang jetzt mit Content versorgt und die Sachen sind auch, da gibt es halt diese geilen Folienkarten, was ich dann vorhin meinte, die jetzt auch bei Terrorscape kommen, die halt wirklich richtig eine geile Qualität haben, die Karten müsst ihr auch nicht slieben, das sind so Plastikarten, könnt ihr quasi auch in der Badewanne mal wieder spielen. Das können sie bei Terrorscape dann halt nicht machen. Ja, das stimmt. Du musst ja dem Standard entsprechen, sonst weißt du ja am Stapel, wo sie ist. Ja, ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ja, aber das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich hab's eine Weile nicht gespielt und bei unserer Review kam ja auch so gemischt an, weil die Leute dachten, dass wir's irgendwie total blöd finden, was eigentlich ja nicht ganz so der Fall war, deswegen wollte ich's hier einfach nochmal positiv erwähnen. Gibt's bei Frosted Games auf Deutsch und auch die neuen Sachen werden da auch wieder auf Deutsch rauskommen. Ja, unser Review war ja mehr oder weniger, also ich hab ja gesagt, ich seh die Größe des Spiels, ich verstehe es, es ist halt nur nix für mich, dieses ganze Rumgewürfel und es ist schon ein sehr komplexes Spiel, muss man sagen. Definitiv. Das sind 60 Karten, die sind alle unterschiedlich und da müsst ihr euch erstmal reinarbeiten, da muss man Lust drauf haben. Ich find's an dieser Stelle auch ganz gut, dass ich hier nur für Solo und nicht für zwei Leute entschieden wurde. Ich find's immer schlimm, wenn in den ganzen Kickstarter-Kampagnen und Gamefront-Kampagnen immer noch dieser Solo-Modus rangeflanscht wird, weil man das Gefühl hat, man muss alle Leute bedienen und da find ich's in dem Fall mal gut, dass da ganz klar die Entscheidung getroffen wurde, nein, machen wir nicht. Ein anderes cooles Spiel, wo das zum Beispiel gemacht wird oder wurde für die Kampagne, ist halt Nanolith. Da hat man ja auch gesagt, es sind vier Charaktere, ist voll egal, mit wie vielen Spielern ihr das spielt, es bleiben vier Charaktere, die gemeinsam diese Story erleben, weil sie halt eben auch in diese Story so eingewoben wurden, eingewoben, wo, 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 eingewoben, wo denn, dass es absolut relevant ist. Nanolith, hab ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, wird, wenn alles glatt geht, im begrenzten Kontingent auf der Spiel verfügbar sein? Die Jungs sind da. Das wusste ich nicht, ne? Und wir bekommen vorher halt unseren Plätsch mit allem, was geil ist und können uns das exklusiv vorher angucken. Nice, cool. Genau, das sehe ich auch so. Da könnten wir uns ja eigentlich mal verabreden, dass wir zu zweit da mal so ein bisschen an der Kampagne zacken zu binden. Also, ja. Also, das schreibt euch schon mal auf den Zettel. Nanolith, wenn alles glatt geht, in Essen. Ich denke, die werden relativ schnell ausverkauft werden. Für mich ist das, also, ich hab ja nur die ersten zwei Missionen gespielt und die fand ich tatsächlich einfach super spannend, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht und deswegen, ähm, schon jetzt ein kleiner Geheimtipp von mir für die Spiel in Essen. Grüße gehen raus, Jungs. Konto nur mal bekennter. Dann hab ich mal wieder was gespielt seit Längerem. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz was, ähm, also, ich hab einen Kickstarter gespielt, den wir damals bekommen haben und beim letzten Mal hat jemand unter die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht, ob es als Spaß gemeint war oder so halb ernst, dass wir Spiele, für die wir bezahlt wurden, ähm, ja dann auch, warte mal, was hatte ich reingeschrieben? Eigentlich mag ich keine Kriegsspiele bei Aces in Amor und da hatte ja jemand Spaßes halber drunter geschrieben, das sei denn, ich werde dafür bezahlt. Ich weiß nicht ganz, wie es gemeint war, ich hab's jetzt spaßig aufgenommen, ich wollte an dieser Stelle trotzdem nochmal sagen, dass das ja an unserer Meinung nichts ändert und, äh, ich bei manchen Spielen einfach dann im Nachhinein auch positiv überrascht bin, so wie das eine Spiel, über das ich auch gleich reden werde, ein Spiel, wo ich mich ansonsten nicht rangewagt hätte und somit einfach meinen Horizont ein Stück weit erweitern konnte und dann hat's mir auf einmal dann doch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaub, mit dem Spiel fang ich erstmal an und zwar, also es ist ein bezahlter Auftrag, da wird zeitnah ein Video von uns dazu kommen und bei uns ist es halt so, wenn wir ein Spiel kriegen, worüber wir was drehen sollen, dann spielen wir das auch immer. Wir lesen es uns nicht nur durch und erzählen was dazu, wir spielen es auch. Und da ist bei mir tatsächlich das Stichspiel Hydra angekommen. Mhm. Das gibt es in der Schweiz zu kaufen. Ja, das Spiel ist von Rise Gaming und der Marco hat sich das quasi ausgedacht, hat das mit seinem Freundeskreis verfeinert und sie haben dann quasi ihr eigenes Stichspiel rausgebracht. Ich hab das jetzt am Wochenende mal eine Runde, also so eine Runde besteht halt, also so ein komplettes Spiel, besteht halt aus zwei Stunden ungefähr, wo ihr immer wieder gegeneinander spielt und es erinnert doch sehr an Doppelkopf, muss ich sagen. Also für alle da draußen, die mal Doppelkopf gespielt haben und Gordon und ich sagen ja immer, wir sind jetzt nicht so die Stichspiele-Fans. Ich glaube tatsächlich, das liegt bei mir jetzt so, weil ich war tatsächlich extrem positiv überrascht davon, wie gut ich mich unterhalten fühlte. Ich glaube, es ist einfach nur, weil ich damals Skat, Doppelkopf und so überdrüssig war und dann am Ende das Spiel Wizard heißt es, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Das fand ich halt einfach so ultra schlecht, weil ich einfach auf Skat schon keine Lust mehr hatte und das ist ja einfach nur Skat mit zwei besonderen Karten. Das hat mich so null abgeholt. Ich fand das total bescheuert. Jetzt habe ich aber dazu, muss man sagen, schon wirklich lange keine Stichspiele mehr gespielt, außer die Crew zwischendurch mal ein bisschen und jetzt kam halt Hydra als Auftrag. Also habe ich es am Wochenende zwei Stunden gespielt. Man ist übrigens kein Kickstarter oder so, also der Marco hat das im Alleingang rausgebracht und sucht aktuell noch einen Verlag, über den er es vertreiben kann, aber ihr könnt es theoretisch über seine Website kaufen. Wenn wir daran denken, packen wir sie in die Kommentare rein, die ist ein bisschen tricky zu finden. Es ist so ein bisschen wie Doppelkopf. Einer ist jede Runde die Hydra und spielt quasi gegen alle anderen Spieler, außer einer von den anderen Spielern, genannt die Verteidiger, hat vermutlich die Gefährtenkarte auf der Hand und der, der die Gefährtenkarte auf der Hand hat, spielt auch im Team Hydra. Was das Spiel so ein bisschen von den anderen Stichspielen immer unterscheidet, ist, dass ihr natürlich auch Punkte im Laufe des Spiels einsammelt. Auf drei Arten von Karten sind Gold- und Silbermünzen drauf. Wenn ihr die unterwegs im Spiel einsammelt mit einem Stich, das sind immer die ausliegenden Karten, wenn ihr die bekommt, dann ist das ein sogenannter Stich, den ihr erhalten habt. Und damit bekommt ihr dann in der Endauswertung Punkte, egal ob ihr gewonnen oder verloren habt. Aber ihr wollt zuerst eure Karten loswerden. Also ist jetzt nicht so wie beim Skat oder beim Doppelkopf, wenn alle Karten ausgespielt sind, also da hat ja jeder gleich viele Karten, also das Spiel endet ja für alle immer gleichzeitig und man guckt, wer hat die meisten Punkte, der hat gewonnen. In dem Spiel ist es so, wer zuerst seine Karten losgeworden ist, der hat gewonnen. Und dann bekommen beide Teams noch Bonuspunkte in Höhe der Karten, die in ihrem Stich lagen oder die sie noch auf der Hand hatten. Das macht es halt super interessant. Und ihr könnt als Hydra, ihr fangt das Spiel an und dann könnt ihr euch entscheiden, lege ich eine Einzelkarte, lege ich eine Doppelkarte, ein Tripling, ein Vierling oder lege ich eine Straße oder sogar ein Full House. Und darauf müssen die anderen Spieler dann in der Form reagieren, dass sie immer erhöhen. Und man kann natürlich als Gefährte der Hydra, wenn die anderen es noch nicht wissen, schon gucken, dass wenn man vor der Hydra zum Beispiel sitzt, dass man ihr immer sehr niedrig vorspielt, dass sie natürlich das Ganze übernehmen kann. Das hat echt Spaß gemacht. Und auch da sind, ich glaube, sechs oder sieben besondere Karten drin, dann zählen die Punkte wieder runter oder ein Spieler ist nochmal dran oder ihr switcht einfach von, es werden eigentlich Einzelkarten gespielt und ihr switcht auf, jetzt werden nur noch Doppelkarten gespielt. So eine Sachen kann man halt machen. Dann gibt es so, die Hydra ist der mächtigste Stich, Einzelstich, den ihr machen könnt. Es sei denn, ihr habt Hydra in Kombination mit der Karte Pegasus, das ist so eine Joker-Karte. Das ist das wirklich absolut mächtigste im Spiel, was ihr überhaupt spielen könnt. Und du kannst, witzigerweise, auf alles, was liegt, einen Vierer-Pasch draufschmeißen. Also der ist auch immer stärker als alles andere, was liegt, außer der Hydra-Angriff. War super witzig. Ich hatte definitiv einen Vorteil in dem Spiel, weil ich früher sehr viel Skat gespielt habe und Doppelkopf. Die anderen haben gesagt, ja okay, aber jetzt bin ich halt, jetzt spiele ich halt mit der Hydra zusammen. Woher soll ich jetzt wissen, was das Schlauste ist, was ich spielen kann? Woher soll ich wissen, was das Schlauste ist, was ich machen kann? Ich habe denen so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben und man hat dann auch einfach gemerkt, dass sie immer besser ein Spiel reingefunden haben und fanden das auch cool, fanden das lustig. Ich habe gesagt, wenn ihr zum Beispiel der Letzte seid, der hinter der Hydra sitzt und die Hydra kriegt den Stich schon. Also sie hat eine 12 hingelegt als doch relativ hohe Karte. Dann spielt doch nicht danach dann vielleicht noch eine 13 oder so und klaut ihr den Stich. Wenn ihr wollt, dass sie die Karten los wird, dann lasst ihr den Stich, damit sie danach selber entscheiden kann, womit sie wieder anfängt. Das sind so kleine Learnings, die man dann da machen muss. Wie gesagt, wir haben so anderthalb bis zwei Stunden gespielt, bis einer dann 400, also ich 444 Punkte erreicht hatte und damit hatte ich dann den Gesamtsieg errungen und das war spannend. Es war spannend bis zum Schluss. Es war eine richtig coole Situation dabei, wo man auch gefiebert hat. Wow, hoffentlich ist die Person jetzt wirklich in meinem Team. Die hat so viele Punkte. Ich hoffe, das klappt. Wenn ihr die Hydra seid und habt die Gefährtenkarte selber auf der Hand, könnt ihr beim Ausspielen der Karte bestimmen, wer euer Gefährte sein will. Ah, okay, das habe ich mich gefragt. Und dementsprechend findet quasi wie so eine Art stilles Bewerbungsgespräch statt zwischen den Spielern und ihr sucht euch dann einen aus. Ihr könnt euch aber auch entscheiden, die Gefährtenkarte einfach eiskalt. Also ihr spielt sie aus und sagt, ne, ich spiele alleine. Dann bekommt ihr sogar doppelte Punkte am Ende des Spieles oder doppelte Minuspunkte, wenn ihr gegen drei gespielt habt und habt es versaut. Auch sehr interessant. Also Hydra, kommt demnächst was von uns raus, schaut es euch an und ja, guckt einfach mal. Also wenn euch Stichspiele gefallen und ihr eine Vierertruppe seid, solltet ihr euch Hydra auf jeden Fall mal angucken. Also ich war tatsächlich sehr begeistert. Es bleibt definitiv erstmal am Regal und ich freue mich schon, wenn es das nächste Mal auf den Tisch kommt und ich werde es auch zum Brettspieltreffen mitbringen. Das ist richtig cool. Das ist auch einfach zu verstehen, ne? Hast du schnell erklärt, zu viert, einfach anderthalb Stunden ein bisschen zocken nebenbei und man kann sich auch unterhalten. Das ist cool. So, was habe ich noch gespielt? Der motivierte Gordon. Ich habe Flügelschlag gespielt nochmal eine Runde und ich, ganz kurz bleibe ich immer noch bei der Meinung, ich verstehe, warum viele Leute das Spiel cool finden, aber ich finde es irgendwie, ich war überrascht, dass man, wir waren zu viert und es hat sich richtig schnell runtergespielt. Also wenn alle das Spiel kennen, also gut, Anika und ich mussten die Regeln nochmal einmal kurz hören, so vom Prinzip her, aber das war wirklich in einer Stunde, ein bisschen über einer Stunde haben wir das komplett runtergespielt und das wiederum hat mir ganz gut gefallen, weil dann hat mir das Spiel insgesamt besser gefallen, wenn sich das nicht so zieht, wenn nicht die Leute ständig tausend Sachen überlegen und so, aber trotzdem ist es halt ja wirklich, man hat ja nicht viel miteinander zu tun, das ist so die Sache, klar, man klaut so ein bisschen die Ressourcen da in der Mitte raus, aber sonst vom Prinzip ja, klar, man kann halt coole Kombos spielen und deswegen ist das glaube ich auch so beliebt und weil es auch so eine, die Regeln halt wirklich einfach zu verstehen sind, aber für mich ist und bleibt es halt so ein, ist okay, ist für mich jetzt nicht so der Hype, wo ich sage, das muss ich alle zwei Wochen auf den Tisch bringen und dann würde ich noch, ich habe Kniffel gespielt, Kniffel? Ja, also wirklich ganz normales Kniffel und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe, als Kind halt irgendwann und da habe ich das mit da über ihm zu Hause gesagt, komm jetzt hier, weiß nicht, Liefkart Wolleyball, lass uns das bei einer Runde und Kniffel nehmen, weil er erzählt hat, dass er das mit seiner Freundin ganz oft gespielt hat. Ja, es ist halt super einfach, es ist halt einfach würfeln, aber es ist trotzdem witzig, also da spielst du so in 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht runter, da gibt es jetzt nicht viel Strategisches zu machen, es ist halt einfach würfeln und gucken, was würfelst du und überlegst vielleicht so ein ganz klein bisschen welchen, was will ich denn jetzt nehmen und wie versuche ich da die Punkte zu sammeln, aber dafür, dass du halt nur ein paar Würfel hast und einen Block, so einen ganz kleinen, was man immer dabei haben kann, finde ich, ist es eigentlich auch ein ganz guter Zeitvertreiben, muss ich sagen, auch wenn es jetzt schon so alt ist, klar, und da gibt es jetzt auch nichts groß, was man dazu erzählen kann, was einen krassen Kniff hat, aber trotzdem ist es was witzig, also muss ich schon sagen, dafür, dass man einfach wirklich das ganze in der Hand quasi mitnehmen, das Spiel und dann ist es in Ordnung, aber macht halt nichts besonders, aber... Also da würde ich dann doch eher sowas wie ganz schön clever mitnehmen. Ja, hast du auch recht, das stimmt schon. Wo du sagst, das hat so ungefähr dieselbe Größe, aber da hast du ja wenigstens noch dieses Puzzle auf deinem Block, was du so versuchst zu lösen und das finde ich dann irgendwie cooler als jetzt einfach nur Kniffel, weil bei Kniffel ist ja halt, da hast du es ja wirklich auch mal, dass dann einer einfach zwei oder drei Kniffel würfelt und dann hat er halt einfach safe gewonnen. Genau, einfach Glück dann und dann hat der halt den halt gewonnen. Aber dann, also eigentlich kannst du das Spiel ja dann noch abbrechen, je nachdem wann die kamen, das ist ja dann auch total öde, dann sitzt du nur noch da, würfelst du das runter. Aber ja, es ist okay, es ist ein bisschen Nervenkitzel auch immer dabei, so, ach komm, ich brauche jetzt noch die drei Chancen 1 zu 6. Ja, aber dieser Grundmechanismus, finde ich mal interessant, wo es herkommt. Das ist spannend. Wurde ja oft verwurstet, definitiv, ja. Ich habe nie Deep in Hexes gespielt, ein Kickstarter, über den wir schon vor einer ganzen Zeit berichtet haben und ich finde das Spiel nach wie vor halt ziemlich cool. Also ich habe den Prototypen immer noch bei mir im Schrank stehen, das ist halt ein 1 gegen 1-girmischer, extremst gestreamlinedes Spiel, was davon lebt, dass jeder sich am Anfang einen besonderen, also zwei besondere Commander aussucht und die dann halt zu einem Deck zusammen mischt. Das gibt dem Spiel halt die Würze, die Grundeinheiten und Gebäude sind halt die gleichen. Deswegen ist es auch super schnell erklärt und ich habe es jetzt zwei Runden, drei Runden sogar gespielt mit einem Arbeitskollegen. Das hat einfach wieder richtig Spaß gemacht. Es ist total unterhaltsam. Also super Spiel. Ich freue mich schon, wenn es dann richtig rauskommt. Es ist gerade in der Produktion, also wird noch ein bisschen dauern, bis es dann hier ist und ausgeliefert wird. Aber ich fand es super. Also tatsächlich halt auch ein Prototyp, der bei mir im Schrank geblieben ist und den ich jetzt mal wieder auf den Tisch geknallt habe, obwohl die bei den Prototypen, dadurch, dass sie selber schon sehr viel 3D-Druck da gemacht haben an der Stelle, ist der von der Qualität her auch schon super. Also wir hatten ja auch schon Prototypen da, wo du gesagt hast, also das Spielprinzip dahinter ist cool, aber das Material ist einfach so basic, dass du sagst, eigentlich muss man sich das jetzt nicht nochmal angucken. Dann lieber das volle Spiel dann genießen, im vollen Umfang, wenn es schick aussieht, als stell dir doch auf der weißen Karte irgendwas vor jetzt oder so. Aber nie die Ben Hexes. Habe ich Thomas auch direkt geschrieben. Guck mal hier, ich spiele mal wieder dein Spiel. Der hat sich gefreut wie Bolle. Der war happy. So außerhalb von dem Kameraschein und wir präsentieren es, dass ich dann einfach nochmal auf den Tisch knalle. Ich sage, das ist einfach ein tolles Spiel. Macht mir Spaß. Ja, gibst du gar nicht, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hattest, ein Let's Play von uns direkt. Also das haben wir, glaube ich, das einzige richtige Let's Play, was es bei uns auf dem Kanal gibt und da haben wir uns so ein bisschen gebattelt. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel funktioniert. Und ich weiß allerdings gar nicht, kann man das dann kaufen? Oder weißt du irgendwie, ob man das dann normal kaufen kann? Also war ja ein Kickstarter. Ich bin mir da gerade unsicher. Also ich denke mal schon, dass die Jungs dann noch ein Kontingent haben, wer denn? Muss ich Thomas mal fragen. Kann ich jetzt so aus der Hüfte geballert gar nicht. Vielleicht guckt er uns ja auch und dann schreib es doch mal in die Kommentare, Thomas. Genau. Wann kommt dein Spiel und kann man es dann auch irgendwie kaufen? Bitte. Thomas. Jo, Gone. Jo. Hast du noch was gespielt? Also Terror Escape, was bei uns nochmal auf den Tisch kam? Wir haben, da werde ich jetzt aber nicht so viel zu sagen, wir haben weiter Frosthaven gespielt und haben uns so langsam ein bisschen eingerooved. Ich hatte mich ja beschwert, dass wir immer verloren haben etc. Und haben auch ein paar Tipps. Vielen Dank an alle Leute, die da Sachen drunter geschrieben haben in einem Video, wo ich das mal erwähnt hatte, dass wir irgendwie denken, wir sind zu blöd, um da irgendwie weiterzukommen. Also da sind wir dran und da wird dann denke ich auch relativ zeitnah mal ein Video kommen, wo wir das ein bisschen mit Gloomhaven vergleichen. Wir haben zwar noch extrem viel vor uns bei dem Spiel, aber dann könnte ich auch noch anderthalb Jahre warten, bis man damit durch ist. Wir haben jetzt wirklich schon einiges auch freigeschaltet oder mitbekommen, was halt anders ist bei dem Game und da glaube ich, kann man demnächst mal so ein Vergleichsvideo machen, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Also Frosthaven ist, wir haben jetzt auch schon wieder auf jeden Fall 35 Stunden oder so gespielt, muss man auch schon sagen, wie so zwölf Partien oder so. Also haben wir jetzt auch immer regelmäßig auf den Tisch gebracht. Und wenn ihr Gloomhaven mögt, dann könnt ihr euch Frosthaven, das wisst ihr wahrscheinlich selber, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Also da haben sie einiges nochmal anders gemacht. Geupdatet. Geupdatet. Ich weiß nicht gar nicht, ob da auch mal dann das als PC-Spiel auch wieder rauskommen soll. Das war ja sehr erfolgreich. Ich bin gespannt. Das wäre dann aber auch was, wo ich wieder mit meinen Kumpels einsteigen würde. Ja, verstehe ich. Ich glaube mehr haben wir tatsächlich nicht, oder? Hast du noch was? Nee, ich habe so kleine Sachen, aber da muss ich nicht zum tausendsten Mal was drüber sagen. Ich habe Hackmaker mal wieder gespielt und ich habe gewonnen. Ja, da will ich nichts hören. Ich habe gewonnen, Leute. Cluster Duo haben wir noch gespielt. Also das hätte ich mir auch von der Messe mitgenommen. Hat eigentlich schon fast jeder mal gesehen. Es gab immer so auf Instagram so kleine Videos, wo Leute das gespielt haben. Jeder bekommt sechs Magnete. Wir haben das mit den großen Magneten genommen und die müsst ihr in so eine Schnur, in so einen Loop, den legt ihr auf dem Tisch und ihr müsst diese Magneten da reinpacken und in dem Moment, wo zwei Magneten zusammenschlagen, ist euer Zug beendet und ihr müsst die auf die Hand nehmen. Wer als erstes seine sechs Magneten losgeworden ist, der hat dann quasi gewonnen und da kommt schon sehr, sehr witzige Situationen zusammen, wenn ihr versucht, euren Magneten zu platzieren und auf einmal liegen da sieben, acht Magneten schon auf dem Tisch, die sich alle gleichzeitig in Richtung eures Magneten drehen. Und wenn man erst mal versteht, was da für ein krasses Magnetfeld dann auch auf diesem Tisch drauf ist, wie die sich gegenseitig beeinflussen oder ihr geht an einer Stelle, ihr geht ganz links mit eurem Magneten ran, irgendein Magnet in der Mitte fängt an sich zu drehen und ganz rechts klatschen zwei zusammen. Okay, krass, was ist jetzt hier gerade passiert? Aber auch den müsst ihr nehmen, weil ihr habt das Magnetfeld beeinflusst und in dem Moment ist es passiert. Das Schlimmste, was ihr eigentlich machen könnt, ist, ihr geht mit eurem Magneten ran und entscheidet euch dagegen, den da hinzulegen und zieht den ganz schnell wieder weg, weil dieses Gegenmagnetfeld, was dann da entsteht durch dieses Wegziehen, das führt oft dazu, dass die so auseinanderrollen und dann irgendwo zusammen klatschen. Schöner Nervenkitzel mit dabei, kommt gerade echt oft bei mir auf den Tisch, weil so eine Runde dauert zwei Minuten oder drei und es ist spannend, es macht wirklich Spaß, also wenn ihr mal über das Spiel stolpert, es kostet halt 20 Euro, ist relativ teuer, aber diese zwölf Magneten, die da drin sind, sind auch in einer Top-Qualität, die sind richtig stark und die dürfen ja auch nicht kaputt gehen. Das ist nachvollziehbar, dass die so teuer sind. Wer sich mit dem Thema Magneten mal beschäftigt hat, aus welchem Grund auch immer. Das ist voll okay, dass das so viel kostet, aber es ist, fand bis jetzt auch jeder lustig. Es ist halt in zwei Minuten erklärt, wenn überhaupt, eigentlich eine Minute und los geht's und so ein kleines Geschicklichkeitsspiel einfach fand ich, finde ich tatsächlich mal ganz angenehm, muss ich sagen. Ich finde Magneten immer wieder, es hört sich total gut, ich finde Magneten haben sowas Magisches an sich. Es ist halt total interessant, weil es ist halt Luft so dazwischen, aber du kannst die Sachen so bewegen, also auch in unseren Tischen und so verbauen wir ja Magneten mit drin, weil es einfach total geil ist. Also ich finde also Magneten haben einfach wirklich, ich bin immer wieder fasziniert davon. Manchmal auch ein bisschen tricky, damit zu arbeiten, wenn man irgendwo verbauen will, wegen den Polungen, aber trotzdem geil. Ja, das kenne ich auch. Dann hast du mal zwei Sekunden nicht nachgedacht und hast den Pol verkehrt rum eingebaut. Ja, sehr ärgerlich. Am besten hast du das alles zugeleimt oder so. Ja, oder du kaufst so extra starke Magneten und passt nicht auf und die schnipsen aneinander und der eine zerbricht direkt in tausend Teile. Du musst so aufpassen, auch mit seinen Händen, also wir haben in dem Tisch noch teilweise starke Magneten. da kannst du dir mal schön die Haut einklemmen. Alter Verwalter, wirklich krass, was die für Kraft haben können. Ja, da kannst du dir mal schön die Finger kaputt machen bei der Nummer, das ist schon heftig. Okay, ich glaube, damit sind wir soweit durch. Wer bis hierhin durchgehalten hat, hat bitte noch ein Däumchen und vielleicht mal eine Bewertung bei Spotify oder so, wäre auch ein Träumchen. Du hast ganz schön schwach geworden da mit Bewertungen. Hat dich gereimt, hast du es mitbekommen. Ja, du hast es wahrscheinlich mitbekommen. Du weißt gar nicht, wie lange ich an dem Spruch gearbeitet habe. Okay. Musst du gucken, wann der letzte Podcast kam. Ja. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war der Podcast All About Bread von Miepel. King. Und wir sagen Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Guckt Folge 2 vom All In. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.